hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft die liegt die liegt natürlich mit der elite natürlich mit uns und die keine diamanten finden mit der die liter mit den ottern pb und j hat einfach mannen wie viel eisen ich einfach wieder finden ich brauche wieder eine spitzhacke wenn die gleich aus ist dann brauche ich eine man ist auch schon wieder fast frappe alter was ich hier wieder finde aber kein dir ne wir sind early boy alter wir finden einfach keine die kommst du mal zu mir hier ist noch ein bisschen was was du gebrauchen kannst ja ich glaube gerade selbst ohne ende nein ich meine nicht redstone ich meine hier diese flint ach so ja komm weil ich kann nichts mehr aufheben wir brauchen wirklich mal eine kiste beziehungsweise eine base wegen essen wegen hier einfach mal eben einrichten ja gut dann komm und hilf mir mal machen wir hier so ein alles cool wo sind wir hier schon wieder nein hier waren wir auch wir sind wieder wie nein wir sind wieder hier waren wir nicht hier waren wir noch nicht hier waren wir noch nicht erst mal alles zubauen ja klar es ist ein rat ja scheiße oh mein hier ist eine Fledermaus ja die Brille macht aber keinen Schaden ja ich weiß ich meine hier sind Mäuse Fledermäuse ich habe eine Schlucht gefunden ja ja hier ist ein Haufen Goldbeinens weißt du das komm mal zu mir kann ich gerade nicht ich habe nichts ich komme gerade zu dir ach so ich habe Panik Penis okay komm damit ja darf ich dich umbringen nein hier ist einfach über uns oh the fuck schick ne hast du ein paar Fackeln noch ey krieg ich mal ein bisschen Holz einfach ähm klar wie viel mehr weißt du was ich mache einfach mal gib mir einfach Holz oder Sticks am besten hier 30 Holz verarbeitet äh okay hier ist schon mal abge äh nein nicht abgesichert doch hier ist abgesichert hier ist nix wir können ja hier unser Lager machen hier in der Ecke komm mal her folge einfach den Fackeln folge den Fackeln mein Freund folge sie ich habe 3 Stacks Fackeln gemacht komm komm tu einfach hier ähm überall Fackeln rein und tu ein bisschen mal gerade dass ich weil dann kann ich gleich mal was ja ich baue einfach hier die Base rein ja klar äh denk da nur 2 hoch oder höchstens 3 damit kann man uns das bauen gut hier werden die Öfen und alles andere kommen okay ja eine Crafting Table 1,2,3,4,5 gut äh ich habe auch noch ein paar Öfen ah ne doch nicht aber ein Crafting Table noch ähm Gold kommt äh hier kommt Eisen rein nein da kommt Gold rein da oben kommt Eisen rein guck mal ich habe ein Kreuz gebaut hier ist Eisen drin dass du weißt hier ist auch nochmal Kohle drin ey Pibi hm guck mal von hier von der Seite das sieht aus wie eine richtig fette Bassanlage hier von der Seite gib mir einen Beat Pibi yo wir sind hier bei Minecraft Elite Pibi Style und Johnny der Hit wow wir werden ich wollte eigentlich noch ne Zeile dranhängen aber egal ich wollte ich soll ne Zeile dranhängen Bester Mann tu mal dein Gold und Eisen rein ich tu auch grad alles hier einfach nur rein ja klar mach einfach mach äh ich mach mir ne Spitzhacken press down äh ok gut wir sind gute Raper ich mach mal ein paar Pfeile ja klar ich mach grad paar Spitzhacken zwei wir haben ein Stack Pfeile hast du noch ein paar äh Flint äh nö aber ich hab Haufen Gravel fast zwei Stacks die können wir wieder einen anderen abbauen aber lass erst mal du was mach das dann ich mach erst mal die äh die Farm und so alles ok ja ich muss grad mal einmal kurz gucken ey wow äh ich was Pipi guck mal wo ich hingezielt hab das sieht man in meiner Aufnahme ich hab nach da vorne gezielt hab dich getroffen anderthalb Schaden mit voller Eisen der Server lag alter anderthalb ist aber wenn ich jeden von denen zweimal treffe bevor wir in den Kampf mit denen gehen haben wir einen mega Vorteil und das schaff ich locker siehste ich ziel nicht mal auf dich und treff dich da siehst du meinen Aim ähm komm mal her komm mal her komm mal her ich bin neben dir warte Lava Loch Lava Loch Lava Loch weil dann nimmst du die Eimer und tust so viel Wasser wie du nur kannst warte hier hast du einen Eimer und hier hast du noch einen Eimer geh und hol Wasser wir haben drei Eimer ja einmal wegen Wasser und einmal wegen Lava und so äh mach mal eben dritten ich mach mal mach du mal eben dritten Eimer ich hab keinen Eisen ähm einen vierten meinst du ja einen vierten damit ich auch einen Wasser Eimer hab weil das hier wär grad fast mein Tod gewesen ne ja ja hier holst einfach vier Wasser weil wir machen uns hier sowieso ne unendliche Quelle aber trotzdem okay ja dann reichen zwei komm ja trotzdem aber ich mein am Ende brauchen wir so viel Wasser aber wir müssen ein Wasser wie viele Sieds hab ich denn zwölf einfach geil oh Gott die Quelle ist zu weit was wir haben noch acht Minuten mir kommt es so voll als hätten wir nur noch boah als hätten wir grad erst angefangen ja du bist echt krank ab und zu ja oh wenn du Fackeln hast dann schmeiß mir mal einen Stack zu okay ich hab drei Stacks Fackeln äh ich glaub du hast keine mehr was ich glaub die gehen die bald aus wieso Sarkasmus ich hüpfe mach hier grad einen Jump'n'Run aus Lava äh komm mal einfach mal wieder zurück du Jump'n'Run Meister du Dias ja ja nice wir rapen sie zwei drei vier hast dann vier ja auf jeden Fall vier ich muss grad ein bisschen Wasser zubauen ja nice und mich ein bisschen vor der Lava schützen aber ich hab auf jeden Fall vier Stück wenn nicht mehr geil vier oh nice oh wie geil oh scheiße hast du noch Erde äh ja wow Schock des Lebens vier Dias fünf nice ja komm zurück warte vielleicht noch mehr vielleicht noch mehr ja ich bin noch am abbauen ich hab hier auch noch was fünf Dias ich hab fünf Dias und siehst du da hä wieso hab ich kein Achievement gekriegt kann das ist mir auch schon mal passiert äh ich muss jetzt nur irgendwie lebend wieder rauskommen IPB wie geht's hä hä ups ups hat er gestimmt deswegen erstmal drauf join wieder mit fünf Dias in der Tasche machen wir uns die Kastwärter ja warte ich bin das nochmal warte komm gib mir High Five warte äh ich mach meine Hand eben leer High Five High Five with Gold drei zwei eins High Five mit Diamanten wow ja genau und shine bright like a diamond los und erstmal jeden hier hast du Wasser das du reintun kannst ey guck mal da siehst du meinen Lack ich soll Wasser holen gehen und für Dias ja gib mir die Dias ich mach Schwerter okay gib mir Wasser einmal gib mir äh wie heißt das das was mir grad nicht einfällt keine Ahnung aber ich nehm meinen Dings mehr hä den hab ich grad aufgehoben oh ok ey BB ah time to strike warte lass mich auch einmal is ja ok egal hast du ja schon ja ich hab grad keinen Platz scheiße 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 ähm Stix ja gut warte ich mach das schnell mit der nur elf Erde hast du ja fuck das reicht nein reicht nicht ich wollte so lang machen kannst du eben die Kiste machen ja gleich ja ich hol gleich noch hier ist doch Erde über uns echt da achso ich seh's nicht mehr als genug ähm was brauch ich noch zack 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 16 reicht vollkommen Double Chest zack zack hier gut jetzt hab ich Platz Cobblestone 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 haben wir sogar aber ich können ich könne noch ein Stack machen Cobblestone 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 was hast du gemacht hinter dir ah cool danke Chicken McNuggets sag ich nur Chicken McNuggets Stone Stone was wir haben nur noch vier Minuten was das ist echt krank äh nimm mal den Diashwert bitte, Bitch. Hä? Habe ich es nicht aufgehoben? Nein. Ah, danke. Wie jetzt? Das Schwert tue ich auch mal in die... Obwohl, warte, warte, benutze dein Eisenschwert. Hm, wieso? Das Diaschwert zum Verzaubern nachher, sonst ist es teurer. Ja, klar, ich benutze es mal. Benutze dein Eisen. Ja, klar. Nur das Diaschwert vielleicht in der Leiste lassen, falls die angreifen, ne? Äh, gib mir mal noch den anderen Eimer. Den Lava-Eimer? Ja. Den brauchen wir jetzt nicht. Danke. Ich rangiere jetzt erstmal ein bisschen aus. Redstone brauchen wir jetzt gerade nicht Knochen. Oh, Alter, wir können uns Hunde holen. Ja, brauchen wir jetzt noch nicht. Oh, ich brauche noch ein Wasser Eimer. Zack. Zack. Gut. Fertig. Gut. Äh, Pilze können wir da noch rein. Zack, 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 zack. Okay, die sind am Ende. Ja, die sind fertig. Wir sind noch nicht ganz fertig. Nee, erst in drei Minuten. Ja. So, noch meine zwölf Seats. Pass auf, dass wir gleich alles aus der Kiste rausnehmen, was wichtig ist. Wieso? Wir nehmen ja immer gleichzeitig auf, also. Ja, aber trotzdem. Da ist gerade nichts Wichtiges bei mir drin. Ja, ich habe da aber ein bisschen Zeug reingetan. Äh, hast du noch einen Apfel? Ja, klar. Gib her, das ist Gold. Nee, gib mir den Apfel. Das ist ja eh keine XP. Ich habe 24 Gold. Oder so. Zack. Geil. Geil. Jeder hat einen Gold Apfel. Oh, ist das geil. Alter, wir sind voll auf die... Schau mal, schau mal, schau mal. Theoretisch könnten... Unsere Farben. Alles, äh, unser... Hallo, Leute, danke. Mein Gott, ey, ich hasse die. Und so würde ich sagen, der Epic Journey begins. Richtig. Alter, theoretisch, wenn wir die jetzt finden, könnten wir die platt machen. Easy. Easy. Hey, wir können nicht mal in die Lava reinfallen. Alter, hä, wieso ist sie wieder abgegangen? Ich bin wahrscheinlich drüber gesprungen. Nein, 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 hinten ist auch abgegangen. Ich hoffe, ich bin drüber gesprungen. Hinten ist auch abgegangen. Ich bin drüber gesprungen. Achso, warum machst du das? Sneaken immer. Immer sneaken. Nee, du brauchst nicht mal sneaken. Du kannst auch drüber gehen einfach. Also früher war das immer so. Ja gut, aber trotzdem lass das einfach, okay? Ja, äh, ich will nur eine Sache eben machen. Eine Minute hast du noch. Achso. Ja, ich will hier den Gang zubauen. Okay, gut. Hier ab der Schlucht, das aussieht, als man wengt. Ich gebe jedem einfach einen Lavaeimer. Scheiße, nein. Da, doch. Dann haben wir halt hier die Lava, war kurz weg, aber trotzdem. Hier, für dich. Ja, warte, ich mach gerade mal kurz hier ein bisschen zu. Cool. Äh, den tue ich aber nicht in meine Liste. Obwohl doch, wir loggen uns ja einen. Und dann... Ich tue mal noch jedem mein Wasser einmal und dann passt das, okay? Ja. Zack. Und dann können wir auch die Folge beenden. Alter, wir haben... Hier, hier, hier. Cool. Komm, wir baden ja erstmal und beenden sie hier. Ach, wie geil. Alter, wir haben einfach jetzt eine Stunde und 40 Minuten aufgenommen am Stück. Wie geil. Wasser war... Nee, das ist nicht klug. Falls die hier sind irgendwie. Ja, falls die eine Stunde oder sowas... Man weiß nie. Ja, falls die eine Stunde oder sowas später anfangen können oder so. Ja. Ja. Richtig. Ja, die schreiben wir mal. Ich esse erstmal nochmal. Wir haben Full Iron, ein Diaschwert. Richtig. Wir werden jetzt dann schauen, dass wir noch alles verzaubern, falls wir noch Diamanten finden. Und dann kann es eigentlich losgehen, dass wir die jagen, weil wir haben alles, was wir brauchen. Ja. Richtig. Oh, 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 ja, warte, warte, warte. Ich hab gerade noch was vergessen. Kann ich auch bauen. Ja, Bamboo. Nee, den muss ich auf Sand bauen. Nein, es geht auch auf Ding. Schau. Naja, stimmt. Ich muss nur kaputt machen. Passt. Perfekt. Perfekt, wie geil. Okay, Leute, haut rein, euer Johnny und euer PB in Team Otter, PB&J. Haut rein. Und ciao.